Herzlich Willkommen, hier ist Lisa Paul mit dem Thema Datensparsame Suchmaschinen. Suchmaschinen werden sich am häufigsten genutzt, um sich im Web zu orientieren. Neben den bekannten Datensammlern wie Google oder Yahoo gibt es durchaus Alternativen. Suchmaschinen mit eigenem Index Es ist nicht einfach eine Suchmaschine zu finden, die die Privatsphäre der Nutzer respektiert, einen umfangreichen Index zur Verfügung stellt und gute Ergebnisse liefert. Ein paar Vorschläge, DuckDuckGo.com ist eine privacyfreundliche Suchmaschine. Es gibt sie in einer javascriptfreien Version, HTML, zu finden unter DuckDuckGo.com.html. Hier kann ich jetzt zum Beispiel suchen nach John Doe zum Beispiel. John Doe Oder mit javascript direkt zu finden unter DuckDuckGo.com Hier kann ich ebenso nach John Doe suchen. Die javascript enthalten keinen Tracking Code. Für diese Webseite kann ich die dauerhafte Freigabe von javascript empfehlen. Neben der eigentlichen Suche bietet DuckDuckGo viele nette Erweiterungen zu finden unter DuckDuckGo.com Schrägstrich Goodies. Das Suchfeld kann als Taschenrechner genutzt werden. Einheiten können umgerechnet werden. Fragen nach dem Wetter können beantwortet werden. Zum Beispiel, indem man danach sucht, nach dem Wetter fragen in Englisch eingeben. Wetter. Und dann wird das Wetter angezeigt. Die Einstellung findet man unter DuckDuckGo.com Schrägstrich Settings BlackGo hat als erste Suchmaschine eine gute Lösung gegen Spam. Allerdings bietet sie keine Einschränkung auf bestimmte Sprachen. In den Ergebnissen dominieren englische Seiten, wie man hier nach der Suche nach John Doe auch sieht. Die IP-Adressen der Nutzer werden nach 48 Stunden gelöscht. Open Directory zu finden unter www.dmoz.de oder org Das Open Directory ist ein Katalog, der von Freiwilligen gepflegt wird. Man kann die Suche auf Kategorien eingrenzen und erhält übersichtliche Ergebnislisten. Beide Suchmaschinen bieten gute Ergebnisse bei einfachen Suchanfragen. Komplexe Suchanfragen mit mehreren Begriffen beantwortet Google oder die als Google Proxy nutzbare Suchmaschine Startpage besser. Meta Suchmaschinen Meta Suchmaschinen leiten die Suchanfrage an mehrere Suchdienste weiter. Sie sammeln die Ergebnisse ein und sortieren sie neu. exquick.com wird von der niederländischen Firma Surfboard Holding b.v. betrieben. Die Suchmaschine speichert keine IP-Adressen und generiert keine Profile der Nutzer. Diese Meta Suche fragt mehrere externe Suchmaschinen an, aber nicht Google. Als kleiner Schmankler bietet exquick die Möglichkeit aus den Suchergebnissen heraus, die Webseiten über einen anonymisierten Proxy aufzurufen. Die aufgerufene Webseite sieht damit nur eine IP-Adresse von exquick. Neben den Ergebnissen findet man einen kleinen Link Proxy. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach John Doe suche, gibt es dann hier jeweils einen Link mit Proxy. Aus Sicherheitsgründen entfernt der Proxy JavaScript-Code aus den aufgerufenen Webseiten. Es ist daher möglich, dass einige Webseiten nicht wie erwartet funktionieren. Außerdem ist keine Eingabe von Daten in Textfeldern der aufgerufenen Webseite möglich. Der Proxy kann die Webseiten nur darstellen. Startpage.com wird ebenfalls von Surfboard Holding b.v. betrieben. Die Suchmaschine bietet privacy-freundlichen Zugriff auf die Google-Suche, ist also eine ideale Ergänzung zu exquick.com. Einen Proxy zum anonymen Aufruf der Webseiten aus den Ergebnissen bietet Startpage auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt auch wieder nach John Doe suche, gibt es hier links Anzeige über den exquick.proxy. MetaGear2.de ist ein Klassiker vom Summa e.V. Neben klassischen Suchdiensten wird auch die Peer-to-Peer-Suche Yassi einbezogen. Dadurch verzögert sich die Anzeige der Ergebnisse etwas. Spezielle Anwendungsfälle. Wikipedia kann man auch ohne Umweg über Google direkt fragen, wenn man Informationen sucht, die in einer Enzyklopädie zu finden sind. Statt Google übersetzen zu lassen, kann man Leo nutzen. Der Translator kann neben Englisch und Deutsch auch weitere Sprachen. Das war Julius Erbauer von Open Screencast. Ciao und viel Glück. Das war Julius Erbauer von Open Screencast. Das war Julius Erbauer von Open Screencast.